Musik Der Wiener Gemeindebau soll den einkommensschwächeren Bürgern kostengünstigen Wohnraum zur Verfügung stellen. Kaum zu glauben, dass dort auch ein Nationalratsabgeordneter wohnt, der mehr als 8000 Euro im Monat verdient. Wir sprechen vom selbsternannten Aufdecker der Nation, dem grünen Peter Pilz. Wie viel Miete er bezahlt und was die Nachbarschaft dazu sagt, erfahren Sie im nächsten FPÖ-TV Magazin am kommenden Donnerstag pünktlich um 11 Uhr auf tv.fpoe.at oder im YouTube-Kanal FPÖ-TV Online. Bis dann!